recht herzlich willkommen zur folge nummer 15 von towns in der zweiten staffel ja wir laden gerade unseren spielstand und dann müssen wir weiter gucken wie es da vorangeht oder auch nicht wir haben ja so ein bisschen hier das problem wo war das denn ach so im keller war das mit den leuten hier dass die happiness ist schon wieder unten und ich weiß nicht warum ich hoffe dass es nicht damit zu tun hat dass wir einfach runtergegangen sind und vorher passiert nichts ja was müssen wir machen das ist die frage was wollte ich tun gute frage so wir gehen mal eine etage höher und hier wird noch gebaut aber die kriechen gerade so langsam ist ja jetzt los ja da ist auch nicht so schnell gehen wir mal runter hier ist der keller ja hier unten sind schon wieder zwei dinge ins meer hingekommen seiten etwa hier unten auch noch drei sogar drei kerzen und hier rechts ist glaube kein doch die da oben ist dazugekommen naja ok wie sieht es aus 19 ist die happiness ich weiß nicht ganz genau wo es dran liegen könnte mit der happiness dass das nicht wächst oder die mögen es überhaupt nicht wenn man hier unentdecktes hat oder sowas oder überhaupt den keller ist manchmal bin ich am überlegen den gang da oben wieder die treppe nach unten zu zu machen gucken ob es dann besser wieder läuft hiermit weil das ja irgendwie nicht so richtig oder so was hat mir letztes mal noch im ach so wir wollen hier das holzlager umlegen genau das ist noch im weg damit wir hier vielleicht ein bisschen größer machen können lagerflächen zonen lagerflächen nicht zonen lagerflächen für material ist hier und können wir das jetzt hier hinziehen das ist die frage oder brauchen wir hier nachher auch noch größer aber wir machen es erstmal hier ans ende hin denke ich mal so dann die einstellungen rein und holz das war's und diese zone destroy stockpile haben wir gut die laufen alle etwas langsam irgendwie hm komisch gut was machen wir dann getreide wird abgebaut ach so nach essen können wir mal gucken vier brote vier brote also brot ist da wir haben äpfel wir haben bieren woran liegt das mit dem happiness gute frage sinkt sogar noch mehr hat es damit zu tun dass nicht alles fertig ist oder was ich weiß es nicht die räume sind natürlich auch nicht alle optimal jetzt ausgebaut hier haben wir ja auch holz wo müssen wir loslegen hier müssen wir loslegen das machen wir ja noch so rum so 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 da haben wir es jetzt vergessen aber ist egal machen wir trotzdem so so und hier ein dann wird da gebaut und hier ist es so ein dahin und zwei da da haben wir wieder gut gerade gemacht oder ne einen dahin und zwei da so jetzt haben wir es so oder haben wir es und hier zwei und dann ein auch so wunderbar und so und hier einen gut dann können die holz bauen äh was machen wir dann gute frage ne es wird schon wieder dunkel und oh was ist passiert ein held ist gekommen und das ist ja mal was den hatten wir glaube ich noch gar nicht oder 20 happiness das dunkel die frage ob das sich hier bessert dadurch ok ein schlafzimmer ist auch nur da ne äh steine fehlen auch noch ne 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 ich glaube wir gehen erstmal runter und gucken uns das hier nochmal mit steinen an ist hier jetzt was irgendwo noch wo wir was abbauen können wenn wir den abbauen kommt wasser rein hier sieht's gut aus hier können wir noch was abbauen wo ist die spitzachs da na das war jetzt wieder eine coole idee wollte nur ganz einfach die shift taste gedrückt haben was habe ich jetzt veranstaltet so jetzt haben wir es die beiden werden abgebaut da oben ist nichts an steinen mehr ist hier irgendwo ah da unten ist eine kerze hingekommen und da ist äh feuerstein denn lassen wir da mal aushöhlen und hier unten ist richtiger stein hm gut dann arbeiten wir da mal dran denke ich ne also das glaube ich schon dass das alles weg kann auch wenn der eine jetzt nicht zu sehen ist was es ist und äh da machen wir das auch und da haben wir das mal weg da das und da kommen schon einen noch über den auch noch so und so die auch noch weg und die auch noch weg so irgendwie ist das spiel in pause kann das sein? ne doch nicht kommt keiner hier runter 20 haben wir denn hier irgendwo was noch zu machen? hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet oh guck mal hier ist ein sperr aufgenommen worden wegen auto wahrscheinlich dann suchen die sich wahrscheinlich auch noch das bessere aus wenn es das irgendwo geben sollte ne ja job group haben wir nicht will ich auch zurzeit gar nicht haben ne was macht er hier wo ist er? er ist im bett am schlafen naja fast er ist daneben in seinem zimmer hier sieht's im zweiten raum aus ja da ist ein fenster was nicht benutzt werden kann eigentlich oder? da guck mal da kommt grad ne stein aber ich weiß gar nicht warum das spiel gerade so langsam läuft das ist ja super schlecht hm oh der steigt aber die happiness ist jetzt 21 und hier ist es light ok sehen wir grad ist dunkel draußen na guck mal hier sind noch Steine in der Luft ne ist denn noch was höher? nö das heißt wir können den mal abbauen ne bei dem weiß ich nicht so ganz der ist ja oben drauf ob sie da hinkommen ist noch die nächste Frage aber denn daneben könnte sein dass die dann abstürzen ne oder? bin mir nicht sicher ja so da sind welche wo laufen die hin? die laufen hier unten runter hm ist das hier hinten der Weg vielleicht zu dunkel zwischen den ja man könnte da ein paar Kerzen hinstellen das wäre vielleicht noch ne Idee oder? ne der war falsch zurück müssen wir Deko Kerzen Kerzen ja da stehen natürlich jetzt äh 1, 2, 3 1, 2, 3 3 müsste da eine hände eine Reihe höher ist das glaub und da oder da ne, ich glaube da. Ja, 1, 2, 3 passt. 2, 3, 1, 2, 3. Dann kommt da noch eine Kerze hin und das gleiche müsste dann hier liegen. Warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und... da auch noch. Passt, oder? Jo. Okay, da haben wir da auch noch ein paar Lichter mehr. Was haben wir hier? Achso, das war für, weil da ein Gang hin soll, okay. Hier ist holztechnisch, doch da unten ist ein Stein schon gemacht worden. Aber sonst sieht das noch ganz, ganz schlecht aus. So, gut. Gucken wir nochmal hier rein. Rote sind 5 da, 6 Äpfel. Oh, 13. Da waren auch richtig viele eigentlich, oder? Okay, die essen reichlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, oder? Da liegt noch was auf der Erde, aber ich glaube, wir machen das mal so, dass wir hier... So, denke ich mal, das können wir alle abwehren, oder? So, ausgewählt. Das Lager ist ja weg. Dann sollten wir vielleicht hier... Gehen wir gerade eine Etage tiefer. So, wir hier mal... Expand Carpentry. So, und... Ich denke, wir machen... ...zwei Reihen weiter. Dann können wir hier die Mauer rumziehen, und die Tür ist richtig drinne dann. Okay. Krankenbett technisch ist alles prima. Was war das hier? Tage, Monate, Jahre? Okay. Geld haben wir 72. Händler habe ich... Haben wir schon Händler gehabt? Ach nee, wir haben wahrscheinlich kein Depot, dann können wir auch keinen Händler haben, oder? Hm. Die holen gerade Steine hier hoch. Auch schön. Was macht unsere Happiness? 22, die steigt gerade. Ja. Gute Frage, ne? Ja, also, das Geruckel will ich mal gerade entschuldigen, aber... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gerade... ... in der Prozessorleistung liegt, weil der noch was anderes machen muss. Oder ob es was anderes ist. Ich weiß es gerade nicht. 22 ist da noch. Wie sieht's mit Essen hier drin? Achso, das wären ja die vier Brote und so, haben wir ja schon. Gut. Was wollte ich noch machen? Einmal durchgucken hier. Was war das hier? Ein Brunnen. Gut für Bier, aber wir machen kein Bier. Masons Bench, Fluid Elevator, Fishing Set, Mill. Haben wir hier ne... Achso, die Küche ist hier unten, aber da haben wir auch keine Cooking Bowl. Ich weiß nicht, was da hin soll. Hm. Dafür brauchen wir auch einen Smelter und so, das haben wir ja auch noch nicht. Tja, müssen wir weiter gucken. Kitchen Table. Oven. Ist auch noch nicht da, oder? Der wird wahrscheinlich hierhin kommen, ne? Aber das geht ja nicht, weil wir Eisen brauchen. Smelter und Envo. Hm. Da läuft einiges ganz gut. Holzlager ist nix reingekommen bis jetzt. Das liegt auch noch hier neben. Der holt gerade das Holz. Nein, läuft weiter. Okay, gucken wir mal nach unten, oder? Beziehungsweise erstmal gucken wir hier vorbei. Wo ist denn unser Held? Gute Frage, ne? Da ist er. Ah, er ist gerade unten und kämpft. Gut. Na, das läuft ja hier gerade super schlecht, ne? Da können wir mal abbauen. Und... Da... Weiß nicht, Shift-Taste nicht gedrückt oder so. Kann das sein? Wieder nichts ausgewählt hier. Ah, ich hatte die Steuerungstaste erwischt. Alles klar. Und hier unten sind noch zwei Steine. Die wollen wir doch dann auch mitnehmen, oder? Gut. Hier links rüber. Da ist es schief gegangen. Nochmal. Na, komm schon. Ach, der ist schon wieder aus. Ist gar nicht an, oder was? So, jetzt ist es aber an. Auch an. Ja, sehr bescheiden läuft das gerade. Gut, wir haben noch Steine in Auftrag gegeben. Hier oben einen Feuerstein abzumachen. Ist auch dran. Da können wir gerade noch einen wegmachen. Er kämpft hier noch wacker. Was macht er jetzt? Gar nichts mehr. Okay, irgendwo macht es auch Glock. Glock. Gehen wir mal gerade hier über diesen Weg nochmal. 21 haben wir da. Die sind oben. Was machen sie hier oben? Nix. Ja, gut. Würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.